Ja, klar abzulehnen ist, sondern auch was Menschen angeht, die auf der Flucht sind oder eben leiden unter Ausgrenzung, Nationalismus, Rassismus und Spaltung. Wir erleben leider, dass auch in den Unterkünften von Flüchtlingen, die jetzt untergebracht sind oder in den Situationen, Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Das müssen wir klar ablehnen. Es ist genug Raum für alle da. Ob es um Wohnungen geht, Unterkünfte, Essen, Trinken, wir sind eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Es geht nicht, dass auf der einen Seite Menschen nicht die adäquate Unterbringung bekommen und auf der anderen Seite Milliarden in Rüstung und Aufrüstung gesteckt wird. Das verstärkt nur den Nationalismus und den Rassismus. Wir sind letzten Endes eine Weltbevölkerung. Wir müssen den Kampf gegen eine Spaltungsversuche, egal welcher Seite, richten. Eine von den Parteien, die das leider ganz stark machen, ist die AfD. Die Alternative für Deutschland, ihre Äußerung jetzt gerade in der jetzigen aktuellen Situation, sind sich nur Habsträuben moralisch abzulehnen, sondern bedeuten genau das Problem, nämlich Rassismus. Rassismus gegenüber Menschen, wo unterschieden wird nach Hautfarbe, Aussehen, Herkunft. Das kann nicht sein. Aus Deutschland wurden Probleme erst geschaffen, wo Fluchtursachen hergestellt wurden. Das will ich ganz stark betonen. Es ist umgekehrt, die deutsche Politik, also nicht von dem deutschen Volk wohlgemerkt, sondern die Politik von den Regierungen führt zu diesen Fluchtursachen. Und auch jetzt in der Ukraine. Es hat eine NATO-Eingreisung von den Ländern in der Ukraine gegeben, um die Ukraine herum. Es wurde aufgerüstet, das entschuldigt nicht einen Angriffskrieg von Putin, aber das ist dieser Teufelskreislauf, der Rüstungswettlauf, an dem wir stecken, den wir nicht mitmachen dürfen und auch nicht mitmachen müssen. Sondern wir wollen eine internationale Solidarität aller Völker auf der ganzen Welt und gegen Spaltung und Rassismus. Und für einen gemeinsamen Kampf für Wohnungen, Arbeit und ein gerechtes und humanes Leben. Für alle. Danke. Vielen Dank, Ewald. Als nächste Rednerin kündige ich Margarete an vom AK Kolonialgeschichte. Vielen Dank.